This is, and it's the beginning of your rounds, you're gonna see Auf zur nächsten Runde, Fearless Fantasy Achso, jetzt hast du mal schauen Mehr Energie ist nie schlecht Das muss schneller dran sein Steht da irgendwo an einem Level? Level 11, Scheiße Abstraten wir einfach irgendwo zur Wahl Oh, da haben wir ja keiner zurückgeschlagen, eh nein Ich glaube wir brauchen mehr Halogen und sowas Gibt's neue Waffen für uns? Ist das legal? Da haben wir kein Gut mehr Fuck So, jetzt dann Der Weg zum Palast 1 von 4 Schauen wir mal Range Attacks Range Attacks Also das Range Attack ist ziemlich scheiße gerade gegen den Dann klopfen wir mal viel auf die Pappe jetzt Waaah Und nochmal Und dann haben wir die Lichter ausgelassen Und auf Daylight Und dann Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal Und dann Der hat noch 16 HP, das werden wir sowieso schaffen, oder? Ups, sozi Schnauze! Du musst mir echt zuhören, Haltender! Ich glaub, für ein normaler, ne? Halt! Halt! Oh! Haltender! Haltender! Du hast noch 13, also geh mal mit dem auf die Pappen! Okay, das geht los! Alles gut, schießen noch mal ins Gesicht. 13 haben wir schon so, oder? Ich habe mir die schäbigen Angriffe. Schauen wir mal, was ihr kennt. Ja genau! Okay, also wir müssen Dando killen. Das ist sowas von versaut. Das ist sowas von Dando. Das ist sowas von Dando. Das ist sowas von Dando. Das war ein Hit, Alter. So, wir brauchen jetzt alle Energie. Das ist sowas von Dando. Kurz schauen, was ihr alle kennt. Der geht zuerst weg. Der geht zuerst weg. Das ist sowas von Dando. Das ist sowas von Dando. Das ist sowas von Dando. Der braucht alle Leute, die es noch auf einer G. Ähm, ich glaube, fangen wir mal an, bitte. So, der Typ ist auch mal weg. Ich erkenne jetzt mal ein bisschen Hallen. Alter! Jetzt ist er ein bisschen an den Schuss. Oh, jetzt ist er. Bis zum Schuss? Mhhh, delicious! It's hammer time! Waaaah! Du musst dich dringend heilen, Alter. 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 Das Problem ist, ich habe hier eine rumliegen. Ich kann es nicht hochheilen. Sollen wir schauen? Ich hab mir jetzt zuerst weg, das ist das Problem. Was?! Ich brauche irgendetwas, wo ich... Wieso kann ich den Charakter nicht belehnen, das ist so schiessen. Das hauen wir schon von Lumen. Ich brauche eine Zeit, das ist mehr Leben. Ich brauche eine Zeit. 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 Das ist sicher brauchbar. Ich brauche eine Zeit. Pause.